GLELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE Jojo du missgeburtartner Fazit wird mal aufs Ledgefack gepickt glaube ich nur einmal ich glaube ich muss nur einmal Montana warte ich guck mal kurz ja noch einmal müssen wir gewinnen dann passt das Ähm LA oder? Wir starten LA oder? Hebanan Kapital Black Peter der Glass MP muss ich spielen Was? Glass? HUBANAN Wobei Hebanan auch cool wäre Nimm das nächste Mal Hibana Richtig, Chris Ja, ich hab voll verpattet, dass du Hibana auch hast Wie oft musst du noch Montagne spielen? Einmal, also einmal gewinnen, am besten Ja gut, dann spiel ich nächste Rude Sonst einfach Verteidigung Rook, das spiel ich ja meistens Ja, dann spiel ich nächste Rude beim Angriff äh, Montagne, oder? Oder willst du bleiben? Nee, ich geh dann wieder auf die gute alte Sturmgewähl Und? 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 Wer lädt? Ja? Wer lädt? Das ist, seitdem ich Seitdem ich das Problem hatte, mit dem Dass ein Spieler am Ranked ist Ähm Oh, cool Weißt du, hier facken sich alle immer so ab Weißt du, bei LOL würden die alle sterben bei den Ladezeiten manchmal Ja, irgendwie schon Aber gut, hier ist auch jede Runde Weißt du, die Jugend heutzutage, die sind bestimmt alle so zwölfiger kleine Kinder, die voll ausrasten sind Ich will Rainbow Six Sieg spielen Da gibt's leider wirklich zu viele kleine Schrauben, ne, er ist so wie es sich im Ladehüllschirm Und selbst wenn, hier ist es ja zwischen jeder Runde Bei LOL ist es halt für den Ladehüllschirm Lass ihn mal rauswerfen jetzt Bei LOL ist es halt für den, lass ihn mal rauswerfen jetzt Nein, warum kann ich den nicht rauswerfen lassen? Neina, ne, ich darf universes Lass dort, dear reportedly Das hat doch klappt, ey, was man hebt Elvis Das geht uns immer auf, ich hab' aufgete'n Ich hab' wirklich schon erst grip auf Weil das, wo wir sie jetzt noch haben, hab' ihre Rezenden El betenhov Wo, Cape warrior Ja, genau, links Ja, da ist es ja verified, keine Ahnung das ist eine frage ob fast das ist das ist nicht was ich finden soll ich bin so hin und hergeschmackt der kameras ist dass das das wir gehen bei um alle ex-zelle ich ja weiß ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich sein kann bei der wachsinnungserstellen aber wir gehen da noch nicht rein ich wollte über den großen über die haupttür weißt du was ich meine oben das kann man einen dadurch scheiße da wo ich jetzt in rennen ja ein krass machen kurz wenigstens da auf das schild nicht reingehen nein haben sie nicht das komplett reinforced und jetzt schon über das ja das war ein jäger stück nach links die uhr stell dir nicht immer einen schuss da ich glaube das wird nichts abdruck abdruck so wir gehen da lang habe ich jetzt beschlossen wir passen am besten lenken noch ein bisschen drauf wäre denn eine kapkan falle gewesen wärst du eine tot nee schon gut links ist zu links ist zu ich weiß nicht ob oben oder so irgendwo was ist ne ich habe sie ich habe den schatten gesehen ich renne mal rein ne ich mache ich mache ich schnell raus leo kommst du dir kommst du dir jetzt leo wir können da aufmachen soll ich aufschießen von irgendwo von oben sauber jungs wir können hier aufmachen ja mach da auch lass mich vor lass mich vor da ist da ist ja egal ist weg gerannt das gewehr genau links ok ist hinterm tresen ist hinterm tresen sauber ich gucke recht in der ecke doch doch wenn du reinkommst direkt rechts ich habe leider auf falsche ecke geguckt das war nein sauber sehr schön jungs ich habe mir mit einem Messer einen Hedger gegeben Leute von mir das mit einem Messer einen Hedger ob du schießt erstmal auf chrisfield da brauchst du dich erstmal angeschossen weil ich mich erschrocken mal lol wieder da rum back zu erhöhen schöne runde jungs ja hast du gemerkt dass ich dich voll angerotzt habe also angeschossen habe ja solange ich nicht sterbe ist mir das relativ egal ich bin für vault ey leo das war aber geil obwohl ich den mute so zu dir gescheucht habe ja das war witzig dass das geklappt hat ich dachte der macht jetzt irgendwie was cavera oder blitz äh 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 leo nimmst du mute ja da cavera ich kann dann auch zwischen den Bomben auf ah ha 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 ich habe Hostage egal machen wir zwischen den Hostage auf ja ja das wäre ja auch das ist immer vor du hast hier zwei stück oder so hast du die heilte ziegel videos von Theo gesehen? ey die waren so geil ne? ohne Weg sehr witzig aber ich finde das Rushen von denen immer noch am geilsten das ist so ekelhaft ich habe sowas schon mal erlebt das ist so ekelhaft das hat keinen Schuss dagegen ne? ich habe 5 mal Rekrut auch Angriff aber da haben wir halt taktisch vorgegangen und wir haben gewonnen und danach 5 mal Verteidigung auch gewonnen 5 mal Schrotze die einfach nur reinläuft da kannst du nichts gegen machen und das macht halt einfach gar keinen Spaß hast du das neue Video mit dem 5 mal Schild gesehen? ja ne gar nicht aber muss doch gucken von heute? aber das dich dann noch an ey da kannst du dann noch hier was gehen gestern oder das neueste work aber ja das gestern von gestern habe ich gesehen ah voll verpennt dass man hier rein kann ich glaube ich mache hier aber nicht zu und bin auslich ja du bist ich wollte gerade die Drohne holen und du rennst genau davor boah fick dich das sorry schade leo du weißt wo wirst du gerade wer ist für irgendwer in der Geraden wer ist für irgendwer in der Geraden ich ne fällt jetzt gerade erst auf dass ähm dass es stark ist äh der die Valkyrie ist in der ja ich mache ich falls ich das beurteilen kann ja ja ist so aber es kommt keiner aus der Geraden vom Boden nicht für die Garage sondern in die Garage kommt keiner für die Garage will keiner haben gar nicht bei Jungs 103 Frames alter was ist denn da los keine einzige Kamera kaputt gemacht bei Kyrie steht das ziemlich offen egal kommen die rein ganz zurück ich geh nicht da ich wurde gespottet ich bin beim Gold wo ist der ping das ist heute stabil ähm sind von links gekommen hinter dir genau sagt dir das was ach so du meinst äh vom Serverraum was das da ist ja da links davor halt vor Hibana ich höre Hib... ja Hibana habe ich auch gehört so schwer zwei Leute Jungs hertz ich bin hoch ich sehe das gar nicht oh lo lo ich erkenne Yes die nicht ich riesig hin der spiel doch nicht ich sehe nicht zu mir die kapitel wir bei mir stress machen einer redet durch einer redet durch 9 der mag die Waffe von KW dann auch immer nicht oh Gott, jetzt steh ich ja richtig fast ah ja, der hat mir direkt ein Handy gelegt damit ist das Alter, ich bin grad voll gestorben, Digga, das war richtig eklig wird mich verkackt jetzt, wenn die bei mir vorbei rennen boah, Kölz war ja, ich war ganz live easy going ich hatte so Angst, dass ich verkackele naja gut, es war kurz davor aber Jungs, die P90 mit 51 Schuss im Magazin regelt einfach ja gut, kannst du einfach draufspringen ähm, willst du Montagne nehmen? die Frage stellt sich für mich jetzt gerade gar nicht mehr gut, dann, äh, L.A. wieder Leo, hast du zufällig, Leo, hast du Tatcher? ich muss die Mission machen und zweitens? nein schade, egal Handy wird dabei gebraucht soll ich irgendwen anders nehmen, oder? nein ok ich hab nichts gemacht, ich hab nichts geändert ich lade die boah, schön, zufraken können wir die Ich arbeite daran. 3-0 haben wir gewonnen, oder? 3-0. Nein. Aber mit 4-0. Hey Jungs, Rettung wie für eine Person. Ich weiß es nie irgendwie. Keine Ahnung, Leo. Hügel. Ähm, ähm, nicht in der Küche oder Kantine, keine Ahnung. Ich fahr, ich fahr auch hier. Unten, unten, unten. Ganz unten. Ganz und weiß nicht, aber unten. Ja. Beide defizieren. Ja, Tresora wieder. Oh, okay. Aber die haben nicht so ne geile Taktik, wie ich hatte. Oh, okay. Schade. Ich muss ehrlich sagen, so wie ich gerade aufgemacht habe, da bin ich aufhört sich zu bewegen, die Fotze. Bin ich echt zufrieden. Ja, auch nicht zu bewegen, du Mist geworden. Ey, mit dem roten, weißt du, was mir aufgefallen ist, dass die, dass die, dass die keine Socken an hat. Äh, keine Schuhe an hat. Ja, sie hat die Socken an. Hab ich genau gesehen. Jo, Jogi, warum bin ich echt der einzige, der hinten spot? Der einzige Besuch. Weiß ich doch nicht. Ja, hier ist viel geiler. Ich wollte da jetzt durch den Serverraum runtergehen. Ja, und ich wollte durch die Garage, ah scheiße, ich will nicht durch die Garage da reingehen. Hast du ne, Cavera-Lurk, ne, Leo? Aber wohl schlecht auf dem Dach. Beim Serverraum ist das ja sowieso scheißegal. Warte mal, ich kann auch durch den Kanal gehen, ne? Ja, aber ich würde gerne, dass du irgendwie zu mir kommst. Ja, aber durch den Kanal. Ich hab keine Ahnung, wie ich zu dir möglich... Fuck. Mach hier nicht irgendwo rein, von oben. Einer direkt bei. Läuft ja auf einmal zu mir. Okay, ich hab neulich Schuss, ich kann nicht nachladen, irgendwer kommt. Ah jo, du bist bei mir, hi. Ja, warte ich noch nach. Lade nach. Im Raum ist keiner mehr? Dödem, ne. Dödem, 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 ich hab' gespottet. Ich weiß nicht, ob hinter dem Ding noch eines. Wo dann deckt, wo dann deckt, wo dann deckt, wo dann deckt. Nein, das kann er nicht. Wo ist hier in dem großen Serverraum eigentlich die Schallz? Wie können alle Eierste blitzert jetzt einen mehr? Scheiße, Bro. Wo ist denn hier die Kamera eigentlich? Ich schaff's, ich kann grad nicht zu dir gucken. Das zu. Keißler hat dazu gemacht. Der muss also hier in dem Raum sein. Der muss also hier in dem Raum sein. Ey. Ich mach hier. Ich mach hier. Ich mach hier. Ich mach hier. Ich wollt hier aufmachen. Ja, mach auf. Ich mach hier. 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 Ey, das sollte meiner sein, du Spatze. Ja, will ich dich jetzt doch beschweren? Ja. Guck mal, der Call. Go, 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 go. Und dann direkt rechts vor dir. Und dann zack, weiter weg. Boah, wie geil der noch gelaufen ist. Ich weiß noch nicht, warum der auf einmal so aufgesprungen ist. Nerven kurz los. Ja. So. So. Ähm. See Office ist scheiße. Ich bin ja für Tellers. So. Ja, Teller. Nee. Tellers wollte ich. Tellers Office. Oh, ey Spaß. Mir ist kalt. Oh, ey Spaß. Ähm. Ich krieg's hin. Keine Sorge, Jungs. Keine Sorge. Er hat noch 10 Jahre. Oh, es steht 3-0. Ja, wir haben einfach gefickt, haben wir. Ich versteh nicht, wie einer mit zwei Eliminierungen mehr Punkte hat als ich. Ähm. Du hast die Hostage gefunden, Gegner identifiziert, Sachen kaputt gemacht. Ich hab aber auch Hostage gefunden. Ich glaube, der hat nicht so viel gedacht. Ich hab's mit nach. Ja, der ist ja gar nicht gut. Wer ist dort dafür? Egal. Ich hab schon wieder Impact Grenade dabei. ach f*** dich du hast das impact grenade? ja ne doch nicht doch hab ich oder was meinst du? ja nein aber ich dachte ich ähm willst du hier hin? würd ich hier hin gammeln? das weißt du auf die andere seite leo geh weg so da ja ist dann noch nicht mal so schlecht da auf die andere seite des regals vorsicht noch schlagen da reicht mir halt nicht wirklich hin ich leg vollständig eine bärenkalle briefcase 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 oh look what i've got here that's a briefcase das ist auch geguckt ja ok da gehen die schüsse durch das ist ungünstig ähm ich will ja eigentlich hier die wand auf schießen aber ich glaub dann gebe ich der Türsen in die main hall ah oh gott ah die gefahr dass ich der geiste headshot gebe jungs in dieser runde ist groß nein 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 was ist da grad abgegangen nein ne wo ich hab freies schusswelle auf den und der wo mich trotz nicht get back get it get it jetzt drauf halten und nicht treffen ja hätte ich die Liga der Tat und ist da die sind da für eine Black-Eis-Zahnung ist viel cooler ne ne wir müssen ohne Leute an der Lila gewinnt sie nicht und 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 was bin ich Silber 2 Silber 5 ich muss noch zwei spielen egal